In diesem Video geht es um die besten Rohrreiniger. Der Qualitätssieger in unserem Rohrreinigertest geht an den Biochem Rohrreiniger. Hochkonzentrierter flüssiger Abflussreiniger zur zuverlässigen Entfernung von Haaren, Seifenresten, Fetten, Blutresten und sonstigen organischen Bestandteilen. Geeignet für Sifus, Rohre und Abflüsse aller Art wie Edelstahl, Kunststoff, Ton und Gusseisen in jedem Raum. Befreit schnell wirkend sowohl leicht als auch hartnäckig verstopfte Abflüsse. Mit seiner keimtötenden und desodorierenden Wirkung beseitigt der Rohrreiniger bei regelmäßiger Anwendung unangenehme Fäulnisgerüche und verhindert das Wachstum der Fäulniskeime. Somit dient er zusätzlich zur optimalen Rohrreinigung auch noch als Geruchsneutralisierer. Aufgrund der wirkenden, aber nicht ätzenden Inhaltsstoffe ist der Reiniger nicht nur super effektiv, sondern auch sparsam in der Anwendung. Somit kann eine Flasche für bis zu 10 Anwendungen reichen und zudem auch noch vorbeugend wirken. Aber nicht nur Kosten, sondern auch Zeit und Aufwand sparen. Denn auf Pömpel, Spirale oder Saugglocke kann hiermit verzichtet werden. Dank der innovativen Rezepturmade in Germany ist der Reiniger chlorfrei, nahezu geruchsfrei, ohne Dämpfe und ohne Bildung von Hitze bei der Anwendung im Abflussrohr. Kann also auch in geschlossenen sowie fensterlosen Räumen angewendet werden. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Hotrega Rohrreiniger. Leistungsfähiger Abflussreiniger zur wirkungsvollen und schnellen Beseitigung hartnäckigster Rohrverstopfungen. Löst selbst Haare auf. Beseitigt Rohrverstopfungen. Beugt üblen Gerüchen vor. Schont Rohre und Dichtungen. Abflussfix verteilt sich gleichmäßig in Rohr und Ausguss. Löst sämtliche Rückstände vollständig auf und beseitigt gleichzeitig unangenehme Gerüche. Die hochaktive Rezeptur zersetzt problemlos Haare, Watte, Papierreste, Seifenrückstände, Lebensmittelreste, fetthaltige Verstopfungen und vieles mehr. Trotz maximaler Effektivität werden Rohre und die meisten handelsüblichen Dichtungen in höchstem Maße geschont. Einsatzgebiete Waschbecken, Spültische, Duschtassen, Badewannen, WC und Abläufe aller Artikel. Aufgestautes Wasser entfernen und ca. 200 ml Abfluss fix unverdünnt in den Ausguss gießen. Durch die direkte anschließende Zugabe von ca. 200 ml heißem Wasser wird die Wirksamkeit nochmals gesteigert. Ca. 1,5 Stunden einwirken lassen und gründlich mit warmem Wasser nachspülen. Bei hartnäckigsten Verstopfungen Vorgang wiederholen. Dabei Dosierung erhöhen und über Nacht einwirken lassen. Zur Vorbeugung und Geruchsvernichtung wöchentlich ca. 40 Misch 50 ml Abfluss fix in den Abfluss geben und einwirken lassen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Rohrreiniger-Test ist der Drano Rohrreiniger. Drano Power Gel beseitigt stärkste Rohrverstopfungen in 5 Minuten. Für besonders hartnäckige Verstopfungen mindestens 30 Minuten oder über Nacht einwirken lassen. Der Wirkstoff ist Chlorbleiche. Dieser wirkt chemisch, verbleibt aber nicht in der Umwelt, sondern zerfällt aufgrund natürlicher physikalischer Prozesse in Kochsalz, Wasser und Sauerstoff. Das Produkt wirkt nicht thermisch, es entsteht keine Hitze im Rohr. Chlorbleiche zersetzt sich allerdings unter Lichteinfall. Um die vollständige Wirksamkeit der Chlorbleiche zu erreichen, sollte das Produkt immer an einer dunklen Stelle aufbewahrt werden, nur dann ist volle Leistungsfähigkeit für zwei Jahre gewährleistet. Grundsätzlich schadet es nicht, das Produkt überzudosieren. Allerdings sollte nach der empfohlenen halben Stunde Einwirkzeit eine ausreichende Menge Wasser ca. 4 bis 5 Liter nachgespült werden, um zu gewährleisten, dass sich keine Produktreste mehr im Abflussrohr befinden. Grundsätzlich darf Drano Power Gel nicht mit anderen handelsüblichen Reinigern vermischt werden, auch nicht auf geschlossenen Toilettensystemen, die mit Chemikalien gefüllt sind. Hintergrund ist, dass Power Gel mit anderen säurebasierten Reinigern reagiert. So können gefährliche Chlorgase entstehen. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen. HoloSM